Die Hessische Landesregierung nutzt den digitalen Fortschritt, um das Leben in Hessen einfacher zu machen. Das Online-Zugangsgesetz verpflichtet die öffentliche Verwaltung, ihre Leistung bis Ende 2022 elektronisch zur Verfügung zu stellen. Deswegen kann ab 2023 jede Bürgerin und jeder Bürger online auf fast 2000 Verwaltungsleistungen zugreifen. Und das ganz einfach von zu Hause oder von unterwegs. Weil wir gemeinsam mit Ihnen alle nötigen Prozesse bis hin zur vollständigen Verwaltungsdigitalisierung bewältigen. Dabei leistet jede einzelne Mitarbeiterin und jeder einzelne Mitarbeiter einen wichtigen Beitrag, damit unser Angebot für die Bürgerinnen und Bürger einfacher zugänglich wird. Auch für Sie werden Verwaltungsprozesse vereinfacht. Mit wenigen Mausklicks sind dann viel mehr Informationen direkt verfügbar. Das hessische Innenministerium steht Ihnen dabei mit Know-how, Beratung und finanziellen Mitteln zur Seite. Wir informieren Sie vor Ort umfassend über die Bestimmungen des OZG. Technische Unterstützung erhalten Sie von den IT-Dienstleistern des Landes Hessen, der hessischen Zentrale für Datenverarbeitung und der ECOM 21. Sie sind dabei unverzichtbar. Mit Ihrem Fachwissen leisten Sie einen grundlegenden Beitrag, um Hessens Verwaltungsleistungen fit für die Zukunft zu machen. Auch Sie profitieren vom OZG. Digitale Anwendungen werden Ihren Arbeitsalltag erleichtern. Und die hessischen Bürgerinnen und Bürger sind zufrieden, da sie ihre Anträge zukünftig einfach und bequem von zu Hause und unterwegs ausfüllen können. Unsere Vision für Hessen. Hessen. Einfach. Digital.